Willkommen in der Asklepios Klinik Pasewald. Hier tun wir alles für unsere Patienten. Und wir nehmen nur die Besten in unserem Team auf. Dürfen wir Ihnen unsere Kollegin vorstellen? Dies ist unsere Operateurin Dr. Schuster und Ihr Kollege Da Vinci. Zusammen sind Sie ein unschlagbares Team. Dank Da Vinci kann Dr. Schuster komplexe Eingriffe mit minimaler Wundfläche durchführen. Er ermöglicht Dr. Schuster ein minimalinvasives Operieren, bei dem unsere Patienten so wenig wie möglich belastet werden. Der Da Vinci kommt dort zum Einsatz, wo Präzision Leben rettet. Vor allem in der Urologie und Gynäkologie sowie in der Allgemein- und Viszeralchirurgie. Aber auch der Bereich der Herz- und Thoraxchirurgie nutzt die extreme Präzision unseres OP-Roboters. Er garantiert ein schonendes OP-Ergebnis, geringen Blutverlust, schnelle Heilung und kürzere Krankenhausaufenthalte. Asklepios Klinik Pasewald – Innovation für Ihre Gesundheit.